Was anderes wieder. Ich gebe es wieder ein paar Zutanghund. Binschprop, gebe ich etwas. Kräuter, Koriander, Fleisch, Fleisch. Und das Fälschchen. Ja, machst du Nudeln, dann ist es warm. Good morning, mga kapam. Kagigising Lamiinday. Nasa labas ako. Makikita nyo naman. Ayan. Ang lamig ngayon. Kuha ko ng panggatong namin sa aming chimney. Wait. Pakita ko yung aming kahoy. Ayan. Kuha ko sandali. Punta nga pala ako sa friend ko mamaya. So, magpainip muna akong ginaw. See you na lang doon sa... Oh, ang ginaw. Palaki nito. Jesus, ang magat. Wait. Mahulok. Patay. Hingga. Okay. Janaki. Let me bring it in. Let me grab it. Vielen Dank. Das ist jetzt mit meiner Freundin, weil es ihr Geburtstag ist. Hallo! Hallo! Wie heißt du? Hi! Wie heißt du? Hi! Wie heißt du? Nina! Wie heißt du, Nina? Oh, sie kann schon das! Wie ist die Seite mit deinem Finger? Ja! Ja! Kumpel ist fast voll! Das stimmt! Was Leckeres macht sie da rein! Das ist unfassbar! Hähnchen, Paprika, Zwiebel, Hähnchen ein bisschen in Öl angebraten, ein bisschen roter Curry rein, das heißt ein bisschen zwei Esslöffel hat sie reingemacht. So, guck! So viel, ui! Das hat sie selbst gemacht! Und dann kommt das da noch rein! Und dann kommt das da noch rein! Genau! Wow! Laula scharfe Sachen hier! Mh! Und das ist ihr! Die Nudelsuppe, Rindfleisch, Hackse! Das wird nur noch warm gemacht! Seit zwei Tagen guckt sie das! Das ist dann so... War schwer! Dann hat sie noch Hirscherbsen rein gemacht! Und dann kommt später noch Fischsoße rein! Dann kommt noch ein bisschen Gewürze noch! Ja! Was noch die... Kokosnussmilch, ne? Kommt noch da rein! So! Und hier ist ihr... Schau mal! Und das sieht schon lecker aus! Und das duftet so gut! Und scharf! Ja, und scharf! Da kommt jetzt... Oder zwei Dose... Kokosnussmilch... Kommt rein! So, die zweite Dose kommt auch noch rein! Das ist dieser... Das ist 400ml... Kommt da rein! Also zweimal... Dose! Ja! Mh! Das ist schon sehr cremig, ne? Das ist schon sehr cremig, gell? Ja! Ja! Und was anderes wieder? Ja! Und dann... Kräuter! Kräuter! Koriander! Und Fleisch! Und das Fleisch! Und das Fleisch! Und das Fleisch! Lecker! Ja! Machst du Nudeln dann warm! Guck mal! Ich soll es mal aufnehmen! Ja! Machst du Nudeln dann warm! Du bist so groß! Helau das so ein... Ich will das damit nicht sicher! Dann machst du dann die Brühe rein! Ich mach die Benche eine Reihe für die Meere, wenn sie nicht kennen! Manche machen das nicht! Rettich, Radisch... Habe ich die Sauce schon drin? Nein! Nein! Dann lege ich in einen Soup! Wow! Maseratiensa! Gannitong... Wetter! Wie machst du das noch mal? Rindesuppe! 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 Ja! Ja! Dann machst du dann Fisauce! Wow! Miri! Kannst du mit Stäbchen... Essig ein bisschen? Ja! Ich weiß nicht wie... Ich weiß nicht wie! Ja! Ich weiß nicht wie... Es ist wie... Es ist wie... Es ist wie... Ja! Ponyenflakes... Flicks! Ja! Pappus Sugar! Gut durchrühren! Ja! Guten Appetit! Ja! Ich mach mal meins! Guck! Es ist Mary! Ja! Guten Appetit Mary! Ich komm auch! Eins erst mal! Ja! Bei Nithinath in Monasche! So! Wait! Ah! Aufmachen! Du musst bleiben! Du musst bleiben! Du musst bleiben! Du musst bleiben! Jetzt in deinem Ding! Für ähm... Start! Ja! Im Rest um 15 Euro! So! So! Wir machen das erst mal so! Mann! So viel! Was noch? Ähm... Fleisch! Fleisch! Und Koriander! Nein! Ich hol... Ich hol... Ich hol... Kleiner Stücke! Nicht so viel Fleisch! Bitte nicht so viel! Bitte nicht so viel! Du musst dahin stellen! Bitte nicht so viel! Ah! Ein bisschen Herbst! Was? Herbst! Und dann? Hm? Das hier kommt rein! Ah! Garlic! Knoblauch! Oh! Viel! Wow! Und dann? Wie viel? Zucker! So viel? Drei Löffel! Ja! Drei Löffel! Was? Ja! Habe ich schon drin! Wow! Drei Löffel! Wow! Süß! Guck! Ich habe ein Rhabarberkir gekriegt! Oh! Rhabarber! Habe ich auch noch nie gesehen! Oh! Lecker! Das habe ich an der Hütte! Und was ist das hier? Telefon! Telefon! So! Lecker! Nein! Noch nicht! Hier kommt dann ein bisschen von den Belchen da! Doch! Kucks mal! Und die Neiko! Super! Ja! 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 Hi! Wow! Danke! 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 Volker! 49! So! So! Drei Löffelchen! Nein! Du bist doch ein Mädchen! Das Mädchen ist nichts zu scharf! Drei Stück! Ja! Wenn das... Merke ich so offen ist! Ja! 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 Aber das ist krass, dass... Ihr Arbeitgeber... Ihr Vertragnis verlängern kann! Oder... Oder sind die Sime Lange dabei? Ja! 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 Und dann... Das ist ja auch、 am Ende manchmal versus schlimm... Und dann... Am 7. Am 13. Detall coaches mehr wenn du schmeckest... Das ist immer scheiße, wenn du dutsch oortest. Das war so extrem schön gewesen, da mal. Nein. Gar nicht. Nicht zu essen. Nein. Lecker. Speis? Wir machen. Wir machen. Ja. Ja. Nee, nee, der Patrick kommt früher zurück, weil alles klappt. Der Nico kommt mit uns zurück. Ja. 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 Schön. Ja, besser ist eigentlich. Ja. Ja, eben Oma, der Patrick hat die Oma schon lange nicht mehr gesehen. Nico, ja, hat der Oma noch gesehen, aber zwischendurch der Patrick gar nicht mehr als der Nico. Ja, das ist so sexy. Ja, eben. Ja, eben. Die Sartes Begator. Ja, ja, ja. 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 Ja, du hast schon was zu trinken gehört. Ja, Gott, ja. Ja, du hast ja was zu trinken gehört, ja. Ja, die habe ich schon noch. Du hast ja noch gesagt. Ja, was? Trinkst du fähig, ne? Hast du eine Trinko, die ist am Gesicht gesplert? Ist auch ein Gesicht gesplert? Aha, ok. Ja, das klappt dann wieder. Und die Hand hier total ist an der Ritter. Und dann... Hör mal das eine. So, das ist gut. Ja, ja. Und dann das eine, die ist dann zum Montieren. Ja, aber da irgendwas war immer, dass man nicht geht und dann... Ja, naja, gut. Aber schön, dass er auch... Ja, genau. Aber das ist so bei... Ja, ok. Ich tue aber den Finger ein bisschen vorne, dass du ein bisschen mehr... Krass. Und dann mache ich dann praktisch zum... Das mach ich, ok. Ja, mach ich euch auch. Und das ist so auch vorne, dann musst du dann... Ja, Gruß von Holger. Ok, zusammen. So, jetzt... Jetzt rein. Oh, mhm. Voll egal. Den hab ich schon nicht gesehen, Holger, ne? Ja, wirklich. Boah, der ist auch wieder prägt worden, ne? Der ist richtig. Richtig. Richtig ist nicht. Gut. Richtig, fand ich gut. Da ist das Lager. Echt? Ja. Hast du mal den Markus gesehen? Ich hab gedacht, das muss stimmen. Ja, unser Markus. Dann werde ich dann sowas haben von der Brühe. Wie ein Stecker, gell? Schrecklich. Ja, voll schrecklich. Also, das muss ich mir heute gleich sagen. Wie schreckt euch das aussieht? Es sieht auch nicht so aus. Aber ich hab gemerkt, dass meine andere Hand auch so will. So, so. Aber der hat ja auch nicht. Voll konzentriert. Ja, da ist immer du. Also, wenn du jetzt mal dem Holgerl hast, dann wird das. Ich sag einfach, dass du sie machen kannst. Ich sag einfach, dass du sie machst. Ich sag einfach, du bist nicht zu alleine. Ich sag einfach, dass du das auch gut zu machen kannst. Ja, ist ähnlich. Du bist das sehr gut? Du bist aus meiner Hand. Versteck, ne? Unser Hass ist scheinbar, du legst dich schon auf. Weil du überrischst. Weiner und Essen. Und so. Da ist doch damals ein Blaber, der Winner. Das ist wegen meiner Freika-Impfung. Die schießen alles auf die Impfstoffe. Nachwärmung, ja okay. Die Nachwärmung, ja. Diese Nose habe ich zum ersten Mal mitgenommen. Eigentlich ist der dickere, aber der ist sehr gut. Also ich merke keinen großen Unterschied. Das ist die Hunger. Ja, das ist die Hunger. Wenn ich versuche, man hat dann einen Koffengest. Ideal geworden? Genau. Und dann essst du nicht alles. Wie schmeckt denn die Belsche? Schmeckt die, ja? Ich habe gedacht, vielleicht schmeckt die nicht, was manche mögen das nicht. Und ich habe nur einen Träger, wenn du noch mehr möchtest, kriegst du noch mehr. Und dann sag mal, frage ich noch einen, dann gibst du noch zu mehr. Das schmeckt auch eine. Die hat alle mehr als sieben. Ich habe gesagt, man, ich war eine Reise. Ich habe gelesen und telefoniert, wenn du noch mehr als sie machen kannst. Ich esse die auch gerne. Kommst du doch. Schmeckt das? Schmeckt das? Schmeckt das? Schmeckt das? Schmeckt das? Schmeckt das? Aber, Frau, Mr. Frank. Kainn tayo, ah. Ang sarap ng aking paggain. Tine, tine, nang nakulong asawan, kanya, na. Kainn po, ah. Ayan, yun lang para ngayon Thank you sa mga support nyo Bye bye